Grüß Gott, mein Name ist Hilmar Brunner, ich bin Rechtsanwalt und Professor an der Hochschule für Angewandtes Management. Die Hochschule für Angewandtes Management bietet einen Studiengang Wirtschaftsrecht an. Dieser Bachelorstudiengang umfasst sechs Semester. Zusätzlich kommt noch ein Praxissemester dazu, also insgesamt ein siebensemestriger Studiengang. Der Bachelorstudiengang enthält grundlegende und wichtige betriebswirtschaftliche, juristische und auch steuerrechtliche Kenntnisse und das alles natürlich tiptop mit Praxisbezug. Ihr habt Lerninhalte auf der Lernplattform. Die jeweilige Kursplattform ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für euch erreichbar. Dort könnt ihr alles anschauen, runterladen und dort bekommt ihr auch alle Informationen, die wichtig sind. Was für Inhalte erwarten euch in diesem Studium? Das können Inhalte sein wie Unternehmensrecht, Steuerrecht, das Recht der öffentlichen Verwaltung oder auch internationales Wirtschaftsrecht. Einsatzfelder, was kann man damit anfangen, wenn man als Bachelorabsolvent eben fertig ist? Ihr könnt zum Beispiel Einsatz finden als Assistent der Geschäftsleitung im Bereich Personalmanagement, im Bereich Mediation, Insolvenzrecht oder auch Vertragsgestaltung. Also ihr seht ein relativ großes, breit gefächertes Einsatzfeld. Insgesamt meine ich eine runde Sache. Ihr könnt euch weiter informieren auf unserer Homepage unter www.fham.de. Vielleicht sehen wir uns. Bis bald!